Am gestrigen Donnerstag, den 23.01.2014, öffnete das diesjährige Hamelner Eisvergnügen im Bürgergarten seine Pforten. Bereits in den ersten Stunden drehten viele Hamelner ihre Runden auf dem Eis oder schauten den Schlittschuhläufern bei einer Tasse Glühwein vom Rand der Eisbahn zu. Wer sich noch aufs Eis wagen möchte, kann dies noch bis zum 16.02.2014 tun, denn so lange wird das Hamelner Eisvergnügen im Bürgergarten noch geöffnet haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017